Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Es geht heute um das Programm Adobe After Effects. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was Adobe After Effects ist, dann kann ich nur so hin sagen, das ist eine Software, die kann Dinge, also die kann Videos erstellen, das einem die Ohren schlackern. Ich habe eben so ein Video gesehen, das mit Adobe After Effects erstellt war, wusste aber noch nicht, wie man das macht, weil ich völlig baff war. Die Antwort ist Adobe After Effects. Ich habe einen Blog Post dazu geschrieben, da habe ich einige Videos dort gepostet, damit Sie sich ein Film machen können, worum es da geht. Alles was Sie jetzt tun müssen ist, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung und dann kommen Sie direkt zum Blog Post. Und wenn Sie weitere Updates erhalten möchten, dann klicken Sie einfach Abonnieren hier in diesem Video, dann bekommen Sie eben immer wenn ein weiteres Video kommt eine Benachrichtigung. Gerne können Sie mir auch ein Like hinterlassen und einen Kommentar schreiben. Gut, das war es also jetzt, auf den Link klicken und an deinen Blog Post dazu. Viel Vergnügen und wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.